Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen jetzt in einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, mittlerweile gibt es ja gefühlt eine Million verschiedene Köpfe auf dem Markt und ich bekomme immer mal die Frage so, welchen Kopf kann ich denn empfehlen oder mit welchem Kopf rauche ich am liebsten. Und so habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und möchte euch heute mal so meine aktuellen Lieblingsköpfe vorstellen. Das kann natürlich immer ein bisschen variieren, aber die ich jetzt aktuell sehr oft nehme oder die eigentlich täglich fast in Benutzung sind, die möchte ich euch heute vorstellen und deswegen bleibt bis nach dem Intro dran und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja Freunde, noch ein kurzer Hinweis, bevor wir zum ersten Kopf kommen. Das Ganze ist jetzt keine Liste nach Platzierung. Ich habe mir einfach ein paar Köpfe rausgesucht, wo ich sage, okay, die nimmst du sehr oft. Und die habe ich mir quasi jetzt rausgeschrieben. Nenne euch den Preis, blende euch auch ein Bild ein und was die so verbrauchen und wie meine Erfahrungen damit sind. Und ich würde sagen, wir kümmern uns um den ersten Kopf. Der erste Kopf ist der Kopf, den ihr hier im Hintergrund bei mir seht. Und zwar aus dem letzten Video ist es hier die Olabol. Ich denke, ich brauche nicht mehr so viel sagen. Wer genau das dazu wissen will, im letzten Video habe ich den Kopf vorgestellt. Wir haben hier einen sehr großen Kopf, wie ich finde, zumindest von der Masse her. Und wir haben hier einen Preis, der nicht ganz günstig ist, von ca. 39,99 Euro und einen Verbrauch von 16 Gramm. Was völlig okay ist, was ich im Video selber auch nicht gedacht hätte, dass es nur 16 Gramm sind. Ich hätte mit viel mehr gerechnet. Und ich kann sowieso sagen, ich bin mit dem Kopf sehr zufrieden. Der Kopf hat noch in meiner Sammlung gefehlt. Ich habe ihn auch nur einmal und kann diesen Kopf nur empfehlen. Wer bereit ist, 40 Euro auszugeben für einen Kopf, der kann sich die Olamoabol, so heißt der Kopf, sehr gerne zulegen. Der nächste Kopf, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, ist der Mose Epos. Und zwar kostet dieser Kollege hier 24,90 Euro. Ich verbrauche ein bisschen mehr als die Olabol und zwar 18 Gramm verbraucht der Kollege. Ich baue ihn sehr gerne auf Rand hoch. Also ich komme safe auf meine 18 Gramm. Und auch diesen Kopf kann ich nur sehr empfehlen. Ich habe ihn jetzt schon eine ganze Weile. Bisher kein Bluten, nichts. Und ich finde ihn von der Farbkombi auch sehr, sehr schön. Ist so ein Türkis gehalten und läuft bei mir mit einem Alu- oder Edelstahl-HMD sehr oft. Und deswegen dachte ich mir, packe ich den heute mal hier mit ins Video rein. Herr Freunde, kommen wir zum ersten Mährlochkopf hier in diesem Video. Und zwar ist das der Darkside Shot. Relativ bekannter Kopf. Ihr seht, ich habe hier noch ein Sieb drin. Ich lege das gerne rein, um ein bisschen die Löcher freizuhalten vom Tabak. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Wir liegen hier beim Mose Epos, sage ich schon, beim Darkside Shot bei einem Preis von 29,99 Euro. Ich muss kurz ablesen. Und einem Verbrauch von 10 bis 12 Gramm. So wurde das angegeben vom Hersteller. Ich denke mal, ich liege immer so ein kleines bisschen drüber, weil ich ihn manchmal zu hoch baue. Aber an sich auch das ein sehr schöner Mährlochkopf. Für eine Rauchtau so von 30 bis 45 Minuten. Ich schaffe es so 45 Minuten bis 50 Minuten. Dann ist der Kopf auch durch. Aber an sich auch diesen Kopf kann ich euch nur sehr empfehlen, wenn ihr Bock habt auf einen guten Mährlochkopf. Mährlochkopf 29,99 Euro, 10 bis 12 Gramm Verbrauch. Also ein sehr sparsamer Kopf. Der nächste Kopf hier auf meiner Liste. Diesen habe ich sogar doppelt, weil ich ihn einfach sehr, sehr schön finde. Und zwar ist es der Hokkaim Magic Mushroom. Wir haben hier einen Preis von 18,99 Euro und einen Verbrauch von 11 bis 14 Gramm. Also auch hier könnt ihr das Ganze sparsam bauen. Und ich habe quasi diese beiden Varianten. Das ist der identische Kopf plus ein anderes Design. Hier haben wir einen hellen Ton und hier haben wir einen dunklen Ton. Ich glaube, der nennt sich Sauron. Bei dem bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber ihr könnt sehen, depotechnisch ist das Ganze auch völlig in Ordnung. Ich habe ihn, glaube ich, auch mal vorgestellt. Und auch mit dem Kopf bin ich sehr zufrieden. Der Kollege blutet ganz leicht jetzt nach ein bisschen Zeit, die ich ihn habe. Aber der macht noch gar keine Anstalten zu bluten. Und deswegen auch hier für 18,99 Euro bekommt er hier einen qualitativ guten Kopf, den ich nur empfehlen kann und den ich auch eigentlich sehr oft nehme. Und hier passen auch alle gängigen HMDs drauf. Hokkaim Magic Mushroom. Ja, Freunde, und der letzte quasi Meerlochkopf, gleichzeitig aber auch der günstigste Kopf hier auf der Liste, ist die allzeit beliebte Cosmobol. Ich habe sie hier in zwei Varianten. Auch hier ist es ein einwandfreier Meerlochkopf. Ich lege hier auch gerne das Sieb noch oben rein. Wahlweise könnt ihr euch den Kollegen auch noch, wenn ihr sagt, okay, Braun ist nicht meine Farbe, das Ganze in Weiß holen. Den habe ich mir jetzt letztens noch gezogen. Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Kopf. Und qualitativ sind sie echt gut geworden. Sind mit meine Lieblings-Meerlochköpfe, neben dem Darkside Shot natürlich. Preislich liegt ihr hier bei nur 14,99 Euro und habt einen Verbrauch von 13 bis 15, circa 16 Gramm. Also auch völlig okay. Läuft auch einwandfrei mit einem Alu-HMD oder einem Edelstahl-HMD. Ich bevorzuge lieber einen Alu-HMD, weil ich das Ganze ein Stück höher baue. Und so wird das Ganze nicht so heiß und kann mir nicht unterm Hintern wegbrennen. Aber an sich Cosmobol, auch hier, wenn ihr auf der Suche nach einem Meerlochkopf seid, der vielleicht nicht ganz so teuer ist wie der Darkside Shot, dann empfehle ich euch eine Cosmobol. Ist auch ein sehr, sehr schöner Kopf und mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Der nächste Kopf, der bei mir sehr oft läuft, kommt auch wieder aus dem Hause Hokka-In. Und zwar ist es der Hokka-In Popo. Ich habe ihn hier einmal in Rot und einmal wieder in so einem Türkis-Ton. Ist ein sehr, sehr massiver Kopf. Bringt ordentlich Gewicht mit, wie ich finde. Läuft auch hier sowohl mit Alu- und Edelstahl-HMD. Bei dem Popo allerdings nehme ich sehr gerne den Edelstahl-HMD. Warum, kann ich euch nicht sagen. Er läuft sowohl mit Alu- als auch mit Edelstahl-HMD, wie eigentlich alle Köpfe hier auf der Liste. Aber ich fühle irgendwie das Ergebnis mit einem Edelstahl-HMD beim Popo mehr. Wir haben hier einen Preis von 29,99 Euro und einen Verbrauch von ca. 15 Gramm. Je nachdem, wie ihr das Ganze natürlich baut. Und auch hier kann ich euch diese beiden Kollegen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ist ein massiver Kopf, ist ein guter Kopf. Bluten tun sie bei mir nicht. Ich glaube, den habe ich am längsten. Den würde ich schätzen, habe ich so 2, 3 Jahre circa. Und den habe ich jetzt so ca. 1,5 Jahre. Und ich muss sagen, sie sind mittlerweile nicht mehr ganz so häufig im Umlauf bei mir. Aber trotzdem noch häufiger als teilweise andere Köpfe. Und deswegen kann ich euch auch den Hokka-In Popo sehr empfehlen. Und bevor wir natürlich dann zum letzten Kopf kommen, bleiben wir gleich nochmal bei Hokka-In. Und zwar beim Hokka-In Lit-Lib. Hier das Ganze in einer schwarz-gelben Variante oder in einer gelb-schwarzen Variante, wie ihr das nennen wollt. Und einmal den Lit-Lib Pro. Wobei ich hier sagen muss, dass ich den Lit-Lib Pro eher nehme mittlerweile als den Lit-Lib. Sie sind fast identisch, würde ich jetzt sagen. Aber an sich finde ich den erstmal optisch schöner. Und er läuft bei mir viel öfter. Also auch hier Edelstahl, Aluharm.de, wie ihr das Ganze nicht bauen wollt, ist euch überlassen. Wir haben hier einen Verbrauch von 13 bis 18 Gramm circa. Und einen Preis von 24,99 Euro. Was meiner Meinung nach auch völlig okay ist für den Kopf. Ich habe glaube ich vier Stück oder so. Und kann auch den Lit-Lib bis heute noch sehr empfehlen. Ist ein schöner Kopf. Und hat teilweise auch sehr, sehr schöne Designs. Was euch da natürlich anspricht, ist euch überlassen. Und der letzte Kopf im Bunde ist ein alter Bekannter. Der eigentlich auch wirklich täglich bei mir läuft. Und der auch sehr, sehr gut von der Verarbeitung ist. Und zwar ist es der Onmo Primis. Das Ganze hier in einer weißen Variante. Kostenpunkt 29,99 Euro. Verbrauch haben wir hier 13 Gramm. Und das ist eigentlich mein Daily Kopf aktuell. Der läuft wirklich jeden Tag. Und diesen Kopf liebe ich wirklich. Weil er ist verarbeitungstechnisch sehr, sehr gut. Er ist preislich für mich. Ist ein 29,99 Euro bei diesem Kopf völlig in Ordnung. Und auch hier könnt ihr Alu- oder Edelstahl-HMD nehmen. Hier nehme ich bevorzugt einen Onmo-HMD. Oder einen anderen Alu-HMD. Also ich rauche ihn prinzipiell mit Alu. Würde auch mit Edelstahl gehen. Aber ich habe mich irgendwann an das Setup gewöhnt mit einem Alu-HMD. Und das ist für mich aktuell wirklich mein Daily Kopf. Der jeden Tag läuft. Einziger Nachteil ist. Was mir jetzt öfters mal aufgefallen ist. Ist, dass wenn ihr eine Session durch habt. Oder ich persönlich eine Session durch habe. Und will den Kopf wechseln. Nehme ich erstmal immer die Kohle raus. Legt dann meistens neue Kohle schon mal auf den Anzünder. Und lasst den Kollegen abkühlen. Weil der wird doch sehr, sehr heiß. Auch hier unten wird er heiß. Man kann ihn zwar anpacken. Aber ich sage mal. Es sollte nicht zu weit weg sein, bis man ihn abschneiden kann. Sonst wird es dezent warm an den Fingern. Aber sonst kann ich über diesen Kopf wirklich nicht meckern. Onmo Primis. Mein Daily Kopf. Und deswegen musste der hier auch noch mit auf die Liste. Ja Freunde. Das waren meine aktuellen Lieblingsköpfe kann man sagen. Oder die, ich sage mal, mindestens einmal die Woche im Durchlauf bei mir sind. Wenn ich mir ein Köpfchen mache. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingsköpfe aktuell sind. Vielleicht ist ja auch ein Kopf dabei, den ich noch nicht kenne. Oder nicht so auf dem Schirm hatte. Den ich mir vielleicht dann zulegen werde. Und der vielleicht dann im nächsten Video mit hier auf der Liste landet. Und bis dahin, Freunde, wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin geht natürlich der letzte Zug auf euch. Wiederschauen und reinhauen. Wiederschauen und reinhauen.